Der Narr liest Ein wundertätiger Arzt Von Ephraim Kishon Meine unvergessliche Begegnung mit dem Privatdozenten Prof. Dr. Groß-Lockner, den der dankbare Volksmund der Wundertätige nennt, begann mit einem sonderbar leeren Gefühl in der Magengrube, gefolgt von einem dumpfen inneren Grollen. Zuerst schenkte ich der Sache keine Beachtung, aber als sich jenes Gefühl der Leere verstärkte, besonders nachdem ich einmal acht Stunden lang nichts gegessen hatte, wurde ich unruhig und erkundigte mich bei meiner alten Tante, was ich tun sollte. Nach kurzem Nachdenken empfahl sie mir, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. »Geh zum Professor Groß-Lockner«, sagte meine Tante, »er ist ein Wunderdoktor und sei unbesorgt, er wird schon etwas Ernstes finden.« Ich wollte mich sofort auf den Weg machen, wurde jedoch von Tantchen belehrt, dass man sich bei dem Wundermann telefonisch anmelden müsse. Am Telefon bestellte mich eine weibliche Stimme für Dienstag in drei Wochen um 17.26 Uhr. »Bis dahin wollen Sie bitte nicht essen, nicht trinken, nicht schlafen und nicht rauchen«, fügte sie hinzu. Als ich auf die Minute ankam, fand ich das Wartezimmer mit 50 bis 60 Patienten gefüllt. Mein freundlicher Gruß blieb unerwidert. Über dem Raum lag eine Atmosphäre religiöser Weihe. Die Türen öffneten und schlossen sich lautlos, weißgekleidete Schwestern huschten hin und her, von Zeit zu Zeit wankten halbnackte Männer herein und verschwanden wie Schemen. Dann reihten sich mehrere Patienten hintereinander auf und wurden im Gänsemarsch durch eine der Türen befördert. Das alles geschah mit einer beängstigenden Präzision. Es war ein geölter Musterbetrieb. Ich bestaunte ihn etwa eine halbe Stunde lang mit wachsender Ehrfurcht, als eine Schwester auf mich zukam und mich aufforderte, ihr zu folgen. Wir betraten das Aufnahmezimmer. Die Nurse griff nach einer gewaltigen Kartei und fragte mich nach meinen Personaldaten. Name, geboren, Herkunftsland, Beruf? Journalist. 26 Pfund. Warum so viel? Das ist das Honorar für die erste Untersuchung. Nur Kollegen und Angehörige verwandter Berufe bekommen eine Ermäßigung. Sehr gut. Ich repariere auch Schreibmaschinen. Einen Augenblick bitte. Sie schlug in einem abgegriffenen Handbuch nach. 25,50. Ich zahlte das ermäßigte Honorar und kehrte auf meinen Posten im Wartezimmer zurück. Knapp zwei Stunden später wurde ich von einer anderen Schwester in ein anderes Zimmer geführt, das lediglich ein Bett enthielt. Da die Schwester eine ältliche, vertrauenerweckende Person war, riskierte ich die Frage, wofür dieser alte Gauner eigentlich so unverschämt viel Geld verlangte. Mein Mann ist kein Wohlfahrtsunternehmen, antwortete Frau Großlockner. Dann schlug sie ein dickes Buch auf und fragte mit eisiger Stimme, warum ich hier sei. Es klingt vielleicht ein wenig sonderbar, aber ich unterhalte mich nicht gern mit Personen weiblichen Geschlechts über meine körperlichen Beschwerden, am allerwenigsten in einem Zimmer, in dem sich nichts weiter befindet als ein Bett. Ich verweigerte Frau Großlockner die Auskunft. Daraufhin wurde ich wieder auf meinen Warteplatz zurückgeschickt. Die Zahl der Krankenschwestern, die allein oder mit Patienten unterm Arm den Raum durchquerten, schien sich immer noch zu vermehren. Ich tippte meinen Sitznachbarn an. »Wo nimmt er nur die vielen Krankenschwestern her?« fragte ich leise. »Lauter Großlockners«, flüsterte er zurück. »Der Professor hat sieben Schwestern und drei Brüder. Sie alle arbeiten hier.« Einer der Brüder führte mich bald darauf in ein Badezimmer, drückte mir ein Glasröhrchen in die Hand und hieß mich etwas zu tun, was mir die Frage »Warum« entlockte. »Weil man nie wissen könne«, antwortete er, »und weil mich der Professor erst dann persönlich empfangen würde, wenn alle Vorbereitungstests durchgeführt wären.« Kaum war ich mit dem Glasröhrchen fertig, als eine Großlocknersche Schwester mich in die Küche buxierte, um mich einer Blut- und Magensaftprobe zu unterziehen. Dann ging es wieder zurück zu meiner Ausgangsbasis. Bei Einbruch der Dämmerung erschien eine weitere Schwester, die mich und zwei andere Patienten aufforderte, uns bis zum Gürtel zu entkleiden, unsere Plätze nicht zu verlassen und uns auf Abruf bereit zu halten. Zu dieser späten Stunde war es im Badezimmer bereits so kalt, dass unsere Zähne klapperten. »Es täte ihr leid«, sagte die Schwester, »aber die kostbare Zeit des Professors dürfe nicht verschwendet werden.« »Ich gebe Ihnen jetzt ein paar Anweisungen, an die Sie sich strikt zu halten haben«, fuhr sie fort. »Um Zeit zu sparen, wollen Sie bitte beim Betreten des Ordinationszimmers jede Begrüßung unterlassen. Setzen Sie sich sofort auf die drei Stühle in der Mitte des Zimmers, atmen Sie tief und strecken Sie die Zungen heraus. In dieser Position verbleiben Sie, bis Sie andere Instruktionen bekommen. Belästigen Sie den Professor nicht mit Fragen oder Bemerkungen, er weiß alles aus der Kartei. Sollte er seinerseits eine Frage an einen von Ihnen richten, dann antworten Sie nicht. Oder, falls sich das wirklich nicht umgehen lässt, antworten Sie in reinen, einfachen Hauptsätzen von drei bis fünf Worten. Und dann, ohne Gruß hinaus, wiederholen Sie.« Wir wiederholten die Regeln, dann öffnete sich die Tür des Allerheiligsten. Ein leiser Pfiff ertönte. »Jetzt«, rief unsere Schwester, »Marsch hinein!« Wir marschierten hinein und folgten den Vorschriften. Der Professor nahm die Zungenparade ab. »Was für Krankheiten hat es in Ihrer Familie gegeben?« fragte er mich. »Verschiedene,« antwortete ich. »Ein Wort.« »Wie alt sind Sie?« »Sechzig.« Korrekterweise hätte meine Antwort vierundsechzig lauten müssen, aber ich wollte keine Zeit verschwenden. Mit seiner wundertätigen Hand ergriff der Professor ein spitzes Instrument, stach mich in den Rücken und fragte mich, was ich fühlte. »Ein Stechen im Rücken?« sagte ich. »Herr Kleiner«, sagte der Professor, Ihre Wirbelsäule braucht gründliche Behandlung. »Entschuldigen Sie,« sagte der Patient zu meiner Linken, obwohl ihm seine immer noch heraushängende Zunge das Reden sehr erschwerte. »Aber ich, heiße Kleiner, und ich...« »Unterbrechen Sie mich nicht!« unterbrach ihn der Professor in begreiflichem Ärger, ehe er sich wieder mir zuwandte, um die Diagnose zu stellen. Sie lautete auf leichte Erkältung, wahrscheinlich verursacht durch längeres Sitzen mit nacktem Oberkörper in ungeheizten Räumen. Therapie, zwei Aspirin. Ein Wink des Professors entließ uns. Die beiden anderen wollten noch etwas sagen, wurden aber von den Schwestern hinaus befördert. Einer der Patienten, ein kleines, engrüstiges Männchen, beklagte sich während des Ankleidens bitterlich, dass er der Postbote sei und nur versucht hätte, einen eingeschriebenen Brief zuzustellen. Er sei heute zum dritten Mal zwangsweise untersucht worden, ungeachtet seiner Proteste. Letzten Montag hätte man ihn bereits zum Zweck einer Blinddarmoperation ins Krankenhaus verfrachtet, und er wäre nur mit knapper Not aus dem Ambulanzwagen entkommen. Diesmal empfahl ihm Professor Großlockner, intensiver Sport zu treiben. Am besten, er ginge täglich eine Stunde spazieren. Er ist am Bish Fourlockner cliche, aber Freude! Am besten, er ist am Kaffee Christ Mit devenir wele� вп Deaf auch mit jemandem Konsum spirale Notis Untertitelung des ZDF, 2020